Und seid damit wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1602 Erschaffung einer neuen Welt. Ja meine Lieben, ich nehme jetzt gleich im Anschluss die nächste Folge auf. Wir sind ja stehen geblieben bei die Prüfung und ihr seht ja schon, jetzt haben wir zwei Sterne, also das heißt es wird ein bisschen schwieriger werden. Nichtsdestotrotz, let's go! So, nach vielen Abenteuern habt ihr nun den Wunsch eine aufstrebende Stadt zu errichten, in der sich mehr als 500 Bürger nennen dürfen. Regiert, geschickt und maßvoll entscheidet wohl, wie viele Inseln ihr zur Eigenproduktion von Gütern besiedeln und welche Waren ihr über den Handel einführen wollt. Sorgt für eine positive Bilanz von 250 Talern. Also sprich, wir brauchen Bürger, wir brauchen 250 Plus. So, heißt, wir brauchen entweder Gewürze, Tabak, weil wir brauchen bis zwei Dinger erfüllen, wenn wir Siedler haben. Also die Stoffe brauchen wir auch. Ja, sehr viel Dank, dann legen wir mal los. Wer ist denn das? Und wir spielen unter Gelb. Sehr schön. Ja, komm, in die Insel hier. Die sagt mir zu. Ich hoffe nicht, dass ich hier... Setz die Vorsäge! Hau ab! Hau ab! Hau ab, sag dir! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Sehr schön, sehr schön. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Sehr, sehr schön. Eigentlich haben wir jetzt alles hier auf dieser Insel, um Bürger aufschränken zu lassen. Wir haben Weintraum, wir haben Tabak, wir haben Erz. Geil! Neues Land wurde erschlossen. Also wenn ihr so eine Insel zum Anfang habt, ist es wie ein Sechser im Lotto. Na denn, let's go, let's do this. Lässt uns den Spaß beginnen. Lässt uns eine aufstrebende Stadt errichten. So, okay. Bauen wir erst einmal die Holzfällerhütten. Komm her. Ja. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Ja, schön für ihn. Okay, dann brauchen wir noch einen dritten Holzfällerhütten auf. Fäckern her. Ein Mitspieler erweitert seine Ländereien. Ja, das ist sehr schön. So, bauen wir mal den Markerzopf. Kaufen gleich mal Werkzeug ein. Bauen gleich. Schaferm auf. Das wäre... stoffe sicherstellen und ich würde sagen bombe hier hinten und ich glaube die brauchen zwei ja die könnte reichen gut 234 wo mich in der stadt auf 2 3 4 5, 7, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, okay, Baby. Dann wollen wir hier unsere Stadt auf. Das wird aber als Nahrungsquelle nicht ausreichen. Nichtsdestotrotz. Das macht aber nichts, weil wir bauen ja hier. Diesmal Rinderfarmofen. Dann können wir gleich hier unsere... Industrieanlagen hinbauen. Hier bauen wir unsere... So, hier können wir unsere Dingsen bauen. So kleine... Na, sag mal schnell. Erzbergwerk. So, jetzt halten wir gleich hier. Versteuern, guck mal her. Lassen wir mal kurz laufen, weil die Bäume wachsen, gleich ausgewachsen. Versteuern, ich hab jetzt mein Thema zu stellen. Gut. Guck mal mal. Nichtsdestotrotz. Guck mal mal. Ne, halt hier. Ne, halt hier. Geh. Ne, halt hier. Guck mal. Geh. 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 Guck mal. Geh. Geh. Wir sorgen gleich noch für Nahrung vor, dass wir dann jetzt hier die Rinderfarmen aufbauen. Vielleicht gibt es eine größere Nahrungsquelle, die bauen wir dann hier auch mit auf. Dann kann man sagen, wir haben hier das Stück hier lassen für zwei Weintraumplantagen und für Tabak. Nachher denn. So, die Kapelle steht, die hat noch vier, vier, drei Späte. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Dann geht es sofort los. So, in eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, okay. Zwei, drei, vier. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Yoh. 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 So, bauen wir jetzt mal eine Rinderplantage auf und hier kann man nachher noch einen Fischerei ein bisschen gleich mit mir das war eure stadt wächst und gedeiht das war die nahrung gesichert haben so jetzt warten wir erst einmal ab jetzt ist ja sehr wichtig mal sehr viel heißt aber auch wir brauchen jetzt für den trakischen neuer volk wünscht ein wirtshaus und wird so und da sehen wir schon wir haben jetzt beim plantage zuckerrohr tabak gewürze und hier ist halt die fehler dazu verkaufen wir erst mal ein bisschen stein äh holz mein Ding jetzt brauchen wir da brauchen auch unsere gegner also da kaufen wir auch jetzt stein äh 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 ich hab nicht ein Pferd gemacht da kommt nicht ran hier euer volk braucht eine schule jetzt jetzt kannst du ran sehr schön so schule haben wir hier die können wir nachher hier hin klatschen die brauchen jetzt wie bei anderen anderen teilen eine wegbindung die können wir hier nachher hin klatschen machen mal und wo bauen wir dich denn hin w von von Schuss, 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 schuss. Oh. Eure Stadt wächst und gedeiht. Dann können wir nämlich hier den Alkohol ansiedeln und wenn wir jetzt den Alkohol haben, geht auch der Balken hier hoch und dann können wir auch den mehr Steuern abknöpfen. Das müssen wir auch machen. So, wo wir jetzt einmal hier sind. Eisen ab, damit wir unsere eigenen Werkzeuge produzieren können. So lange müssen wir aber noch einkaufen. Wie ihr seht schon, liegt langsam höher. Es mangelt an Alkohol. Ja. So, wo man ne Erdschmelz auf und Werkzeug schmieden. So, und damit können wir den Einkauf jetzt stoppen. Und warum wir hier die Spüren erleben. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis Eisen nicht noch da ist. Eine Insel wurde besiedelt. Sehr, sehr schön für den Gegner. So, dann bohren wir hier schon mal Tabak an. Warten wir, bis die Felder wachsen. Und dann können wir sie gleich produzieren. Und dann steht den Bürgern hier nichts mehr. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Sie büren nichts mehr weg. Mal gucken, ob wir noch was brauchen werden. 500 Bürger. Ich hab jetzt nicht die Ahnung, wie viel... Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Wie viele hier jetzt im Inhouse wohl wären. Ob das reiche gut. Aber warten, warten wir erst mal. Trotzdem werden wir erst mal die Baumateriellen... Grundsatz setzen. Ja. Ich baue nicht Wurzhaus. Obwohl, die brauchen wir nicht so. Also, zack, kommt her. Liebet und vermehret euch. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Da haben wir unser erstes Bürgernhaus. Da. Der zweite. Sehr schön. Da ist der dritte. Und ihr seht schon, jetzt brauchen wir Stein. Euer Volk braucht einen Arzt. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Ja. Wir kaufen trotzdem mal noch ein bisschen Werkzeug ein. Der hat noch keine. Der hat noch keine. Und der hat auch noch keine. Sogar also praktisch sind wir. Ja. Wir sind denen jetzt voraus. Ja. 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 Du hast die Kürcher. Die Kürcher hier. Die Kürcher hier. ersetzt später ersetzt die kapelle brauchen aber jetzt und 80 bürger die brauchen fünf hunderten 1 2 3 4 5 6 und ein badehaus sorgt für hygiene ja da haben wir das badehaus und jetzt haben wir auch einen galgen der zum beispiel verhindert dass die leute kriminell werden also sprich ich habe es einmal gehabt da hat er hinaus ein fenster geguckt und hat den typen hier 1 rüber gedonnert und dann lag er dann da dann habe ich jetzt nur einmal bis jetzt erlebt ein einziges mal koffe das z3 wird und wir können jetzt ein konto 3 errichten aber wir tun wie sieht es aus ja noch sieht alles ganz rosig aus ich guck mal den auftrag an die lern von 250 talen haben wir und jetzt brauchen wir nur noch diese 500 bürger die hälfte haben wir schon die hälfte haben wir schon und ich würde sagen da lasse ich jetzt auch noch die folge jetzt runter rattern und dann mal gucken was müsste eigentlich reichen auch an nahrung müsste alles reichen stoffe müsste auch könnte reichen ich kann es aber jetzt noch nicht runter rattern und dann auch Und jetzt ist es so, jetzt ist die, also wenn ihr Siedler habt, ist der Taubmerk Alkohol, dass der Balken hier ausgefüllt ist und ab Bürgerkaufleute ist es so, dass hier praktisch Kakao ist. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, entweder macht er hier Würze, Kakao, Baudibin-Sachen. Dann haben wir Kaufleute und nach den Kaufleuten, wie gesagt, kommen ja die Aristokraten. Das ist die höchste Spielstufe, die wir erreichen können. Aber die verbrauchen auch dementsprechend sehr, sehr viel. Aber bis jetzt brauchen wir nur Bürger. Und mal gucken, wie lange dauert, bis wir die voll haben. 350 haben wir ja schon. Wie gesagt, auch nur entspannt. Das macht Lust und Laune. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Ja, muss ich ummachen, weil wir haben... Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Ja. Musik geht auch noch um zu uns hinbauen. Ich werde mal vorsichtshalber... Nochmal... Ja, nun kommen. Ja, nun kommen. Plantage wollen wir hinsetzen. Also Rebstube. Und Schaf haben. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Haben wir hier. Dann wollen wir auch gleich mal hinsetzen. Setzen wir hier hin. Sack, auf, komm her. Sack, auf, komm her. So, okay. Reichtet, reichtet, reichtet nicht. Nicht. Nein, es reicht nicht. Nein. Wenn wir jetzt sind, die Häuser sich entwickeln, weil Schule haben sie ja, also Wurzhaus haben sie drüben, Schule haben sie drüben, die Kapelle haben sie drüben, das reicht aus, also sprich, da wird nichts passieren. Also, das reicht jetzt aus, wenn jetzt die Folge jetzt auch piepen wird, wir werden jetzt trotzdem in Inzug jetzt durchs Rocken jetzt, da sieht er, der hat sich schon wieder in entwickelt, die wir gerade gebaut haben. Das dauert nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Macht eigentlich die Konkurrenz. Hat ja schon eine Burg gebaut. Können wir, ob wir hier, die Kerstin Burg, hier kommt ja die große Burg, Festung, Stadttor. Ein Konkurrent baut... Dauert nicht mehr. Ihr wart erfolgreich. Oh! Geht jetzt an, der ganze Bräuler, Junge du... Junge, Junge, Junge. So, wir haben... Dorferstädte 1, 195 Punkte. Untertan, 597. Zufriedenheit 1, 1305 Punkte. Wir haben 19.904 Goldstücke. Wir haben eine besiedelte Insel und wir haben den Missionsbonus von 2491 Punkte gekriegt. Ja, wir waren eigentlich so weit, den allen überlegen. Gut, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir gucken mal in die nächste Mission drin, die da heißen wird, Friedliche Regentschaft. Also, noch schon Tag, schon Abend. Tschüss, Rainer und bis zur nächsten Folge von Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Bis zum nächsten Mal.